Und weiter geht's mit unserer fröhlichen Burgbesichtigung. Als nächstes an der Reihe wäre die Hautkönigsburg. Burg? Ist das Absicht oder ist das ein Schreibfehler? Äh, sieht mir nach einem Schreibfehler aus. Zumindest steht hier Burg. Na gut, schauen wir es uns an. Auf Angriff. Und ist es euer Ernst? Das ist alles? Das ist alles? Mehr nicht? Jo, das wird lustig. Okay, die Hochkönigsburg im französischen Elsass ist die letzte der Burgen auf dem Stauffenberg mit Blick auf die Reihenebene. Also Reihen, nicht Reihenebene. Also nicht wie ein Reihenhaus. Ihr wisst schon. Vom höchsten der Türme aus kann man auch die Stadt Colmar sehen. In 757 Höhenmetern an der höchsten Stelle des Bergkegels errichtet, hat die Burg eine ideale Verteidigungslage. Dennoch wurde sie von vielen Kämpfern gleichzeitig gezeichnet und schließlich im Jahre 1899 zur Ruine. Kaiser Wilhelm II. ließ sie einige Zeit später wieder instand setzen. Wilhelm II. Das war doch dieser Schiffsfanatiker, der auch so das Deutsche Reich in den Abgrund geführt hat. Kein Wunder, dass er das Ding instand setzen wollte. Das Ding sieht aus wie ein Schiff. Schon fast. Es hat zumindest was davon. Ähm, ja. Mit dem bisschen. Mit dem bisschen. Wollen wir Befehle? Rücken aus. Erreichen wir nicht viel. Andererseits ist die Verteidigung jetzt auch nicht so mega. Schauen wir es uns mal genauer an. Das Ding hat echt ein bisschen... Es hat was von dem Schiff, oder? Ein bisschen schon. Hm. Na gut, was heißt da, dass Wilhelm II. das Deutsche Reich in den Abgrund geführt hat? Eigentlich war zu der Zeit damals, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ganz Europa am Abgrund quasi. Also schon alleine, weil die alte Herrschaftsform hier mit der Monarchie einfach irgendwie nicht mehr richtig funktioniert hat, zu der Zeit. Da war jedes Land irgendwie am Abgrund. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, wäre Wilhelm I. noch da gewesen. Oder zumindest Bismarck. Vielleicht hätten sie einige Dinge besser gemacht. Eventuell. Der Wilhelm II. hat schon viel versaut. Das muss man trotzdem sagen. Okay, gucken wir erstmal, was wir bauen können. Wir könnten auch einen Belagerungsturm bauen. Hm. Wir könnten bei dem... Das ist eine Idee. Wir könnten einfach mit dem Belagerungsturm freundlich hier vorkruisen. und sagen, ey Leute, ich besuche mal euer Ghetto. Vor allem Günthers Ghetto. Was zum Teufel, apropos. Wollen die rauskommen? Dann komme ich mit meinem Drive-By-Gerät. Das wäre cool, wenn es wie bei Stonewall Legends einfach so Drive-By-Möglichkeit auf den Belagerungsturm. Hm. War klar, dass die jetzt rauskommen. Die nehmen aber einen ziemlich lustigen Weg für den Ausfall. Na gut, andererseits. Im Prinzip nimmt die KI ja immer den kürzesten Weg. Eigentlich. Meistens nimmt die KI auch gerne den kürzesten Weg direkt ins Verderben. Okay. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier viel Pech ist. Es ist schwer, sich das nicht vorzustellen. Hm. Ich glaube, verteidigen wird uns schwerer, Feind, als Angreifen hier. Na gut. Belagerungsturm wäre eine Idee. Das wäre sogar eigentlich die Idee. Wir konstruieren Belagerungsgeräte. Wir versuchen dabei, sich nicht die Finger zu verbrennen. Ich wette, dass hier Pech ist. Es wäre zu leicht, wäre hier kein... Hm. Türmchen. Versuch du... Kommt mir doch durch? Da kommen wir noch durch. Gut. Also hier, dort wird der Stein. Okay. Dann kürzest du mal ran. Nimmst eine kleine Günther-Kompanie mit. Und dann versuchen wir mal so, oh ne, oh ne, oh ne, nicht Steine. Steine sind doof. So. Und dann versuchen wir mal irgendwie den ersten Ball so zu stürmen, dass unsere Bogenschützen relativ freies Spiel haben. Ja, wie ich es mir... Wie ich es mir dachte. Alter. Ja, es ist okay. Es ist in Ordnung. Ihr mich auch. Jetzt kommen noch die Ritter raus. Was machten ihr jetzt hier draußen? Also, klar, es sind Ritter, die machen Ausfall, aber... Der Bogenschütze und vor allem die Schwertkämpfe? Blöd. Was haben die vor? Leute. Kein Schabernack treiben oder so. Aber kann sein, dass die Schwertkämpfe auf dem Belagerungsturm reagieren? Oh fuck. Ich wollte doch mit meinen Bogenschützen da jetzt hoch. Wie gemein ist das denn? Dann müssen wir es jetzt die Bikiniere machen. Oh nö, da kommen ja noch mehr Ritter. Boah, Leute. Ja, wir gehen ja schon, bitte. Entschuldigung, ich komme nie wieder. Ja, was haben die Schwertkämpfe jetzt vor? Wollen die meinen Belagerungsturm jetzt kaputt machen? Die Ritter auch, oder? Ich praktiziere meinen Geschlechtsverkehr nur in Rüstung. In Vollkörperpanzer. Vollkörper, Ganzkörperpanzer. Das nennt man auch Safer Sex im Mittelalter. Jawohl. Im Übrigen, ähm, wenn wir gerade schon so bei dem Thema sind, das passt gerade zu einer Überleitung. Lustiger Funfact noch zum Mittelalter. Man kennt ja allgemein diesen Keuschheitsgürtel. Den gab's so auf gewisse Weise schon, bloß hat der nicht den Sinn und Zweck, wo man sich denkt... Die Fixer bewachen tatsächlich den Belagerungsturm. Ihr Penrose. Auf jeden Fall, dieser Keuschheitsgürtel hatte nicht den Sinn und Zweck, den man eigentlich denkt vom Keuschheitsgürtel. Dass der jetzt irgendwie, wie der Name sagt, die Keuschheit bewahren soll. Nee, der Sinn und Zweck hinter diesem Keuschheitsgürtel war tatsächlich einfach... Es war... Reizwäsche. Es war so metallende Reizwäsche im Mittelalter. So einen Fetisch gibt's also anscheinend auch. Ein Bogen ist euer. Beziehungsweise gab's. Ich weiß nicht, ob der heute noch so ausgeprägt ist. Mein Herr, sind auf dem Weg. In Bewegung. Hm. Zu Diensten. Auf dem Weg. Ich stell mir halt gerade echt so vor, wie so irgendwie so... Wie es damals zu der Zeit einfach so Stripperinnen oder so gab. Einfach so ein Metallmontur voller Plattenrüstung. So, ey, Baby, yeah. Scheißfeuer hier. Ja, das versorgt mir jetzt gerade nicht in meinen Plan... Alter. Alter. Hoch. Oh, nee. Ey, warum ist denn jetzt hier überall Feuer auf einmal? In diesem... Ausmaß. Umfang, Ausmaß. Ausfang. Ummaß. Ihr wisst schon. Man kommt hier ja sogar hoch, oder? Wir haben leider viel zu viele Bogenschützen verloren. Viel zu viele. Das Problem ist, jetzt bin ich zwar hier... Aber es bringt mir nicht viel. Mööö. Hm. Jetzt mit Schilden großartig zu arbeiten, ist jetzt auch nicht die Idee. Kommen wir da hoch? Nee, das geht eigentlich nicht. Aber wir kommen bestimmt über die Mauern irgendwie zum Lord. Ob wir von Erfolg gekrönt sind? Gut, ihr könnt es ja mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass wir von Erfolg gekrönt sind. Ja, genau. Schütteln ein bisschen. Passt schon. Aber geht's echt über... Ah ne, ich glaub mal, wir gehen dann hier runter und dann hier irgendwo wieder hoch oder so. Aber hier hinten sind wir tatsächlich relativ safe. An sich ist da hinten... Hm. Ne, das wird jetzt so oder so nichts mehr. Ich hab ne andere Idee. Ich möchte gerne ganz da hinten nennen. Scheiß Balliste, du bist doof. Geh weg. Das war mein Vertreibspruch. Ballistus Verschwindibus. Aber ganz ehrlich, da hinten... Da hinten Türmchen ran. Da hinten Stürmen. Da hinten Türmchen, da hinten Stürmchen. Demnlich unnötig verniedlicht. Okay, Bogenschützen... Rücken aus. Bisschen näher, hoffentlich schießt die Balliste nicht. Du bist brav, oder? Alles klar. Nein, da schießt was. Mein Moor ist euer. Sind auf dem Weg. Jedes Türmchen ein Stürmchen. Das gibt's doch nicht. Sag mal. Aha. Super. Super. Im Grunde muss ich erreichen. Oh, nö. Genau, Günther. Sag ihm, dass du nichts davon hältst. Und drüber, die Ritter. Zu lange hier nicht aufhalten, weil ihr schießt wieder die Balliste jetzt rüber. Was ist mit den Streitkumpenkämpfern? Die waren doch auch noch auf dem Weg. Letztes Mal kamen die Streitkumpenkämpfer vor den Rittern an. Irgendwas stimmt hier nicht. Es muss ein Fehler in der Matrix sein. Das ist nicht normal. Haha. Eure Lautschaft? Also so ungepanzert in gut 60 Bogenschützen reinzurennen. Ja. Hut 58, Entschuldigung. Ach, okay. 8 um 50. Das ist natürlich wieder was anderes. Da, da. Auf geht's, Leute. Bogenschützen bereit. Ah. Ich würde jetzt gerne hierher. Schild wird neu positioniert. Mein Bogen ist euer. Zu diensten. Schild wird neu positioniert. Wisst ihr, was ich speichere das mal? Wie hieß das Ding eigentlich nochmal? Ich vergesse es jedes Mal. Hautkönigsburg. Alles klar. Das haut mich echt um. Hautkönigsburg. Buagk. Und speichern. Mein Herr? Hm. Das ist die Hautkönigsburg. Besteht nicht aus Stein, die wird aus menschlicher Haut zusammengenäht. Wie auch immer das funktioniert, aber es hat geklappt. Aber gern. Die Burg ist so fast ein Nachbau als Burg von Frankenstein oder so. Schild wird unmögliches Ziel. Sie lebt. Die Burg lebt. In Bewegung. Ja. Ich würde eigentlich gerne da hinterher irgendwo. Darf ich hier nicht irgendwie... Nee. Darf ich nur da vorne parken? Hey Leute, ist hier überall Parkverbot oder was? Ich bin schützen bereit. Ah, da darf ich ran. Da dachte ich mir doch. Dann mal ran da. In Ordnung. Vorwärts, Pekiniere. So, ist mir jetzt egal, ob meine Bogenschützen draufgehen. Mir geht es eigentlich hauptsächlich um den Nahkampfsturm. Und dass hier nicht so viel brennt. Aber anscheinend brennt hier gar nicht so mega viel. Das ist schön. Alle Mann nach oben. Das Ding wird jetzt gestürmt. Stürm. Bist du jetzt da angedockt? Nee, ist er nicht. Sag mal Junge, was machst du denn? Junge. Warum? Oh nö. Oh, warum denn jetzt auf einmal? Oh, shit. Das bisschen könnte trotzdem noch reichen. Richtig eingesetzt natürlich. Versteht sich. Wenn wir den Turm kaputt machen, dann dürfte eigentlich genug frei sein. Da hinten ist doch eigentlich auch genug. Ah, hier kann ich doch auch rein. So, ihr lauft dann alle in einem Knobel, auch wenn die Günther schneller sind. Ist mir jetzt egal. Ich möchte, dass wir maximale Schlagkraft entwickeln. Es dauert ein bisschen, bis die gerafft haben, dass jetzt hier mal ein bisschen der Weg frei ist, oder? Leute, es ist offen. Zählt das nicht, oder was? Boah. Nee, komm, das machen wir nochmal. Wir haben ja extra gespeichert. Wir haben ja extra den Safe, die Safe dafür reingehauen. Reingehaut hätte ich jetzt lieber gesagt. Das wäre passender gewesen, aber es ist einfach noch grammatikalisch falscher, als es so schon ist. Ja. Will ich dann vielleicht doch von dort aus stürmen? Ich will aber nicht. Nein. Hm, hm, hm. Da ging es ja eigentlich. Warum wollte er davor nicht hin? Der Lagerungstum, der ein unmögliches Spiel. Jetzt geht es doch. Ich verstehe es nicht. Junge, du bist seltsam. Mein Bogen ist euer. Soll nur deine Eltern sagen. Schicht wird neu positioniert. Brücken aus. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Und die Mange ballert wieder fröhlich rum. Hm. Ihr haltet euch jetzt mal ganz weit hier drüben. So. Ihr versucht mir mal, die feindlichen Bogenschützen loszuwerden. Im Idealfall. Im Idealfall, die, die anzünden können. Das sind die da. Das sind die ganz... Genau das... Oh, fuck, Mann. Ist das denn die Möglichkeit? Was brennt denn hier alles? Alter. Gibt's denn sowas? Irgendwie haben wir nicht... Gegen haben wir nicht einen Verlust zugefügt, während hier alles brennt. Immer das Feuer. Immer das Feuer. Eure Befehle? Medieval Napalm. Warum? Ja, hier ist er abgetrennt. Seit wann ist denn das? Ach nee, man kann trotzdem rüber, wie es scheint. Das ist lustig. Das ist einfach nur lustig. Punkt. So, ihr geht jetzt auf direkten Wege. So gut es geht. Dorthin. Viel Spaß. Im Prinzip kann ich mir ja meinen Bogenschützenansturm auch aufsparen. Also ich kann das eigentlich im Prinzip echt lassen. Was wünscht ihr? Bringt einfach nichts. Die hätte ich jetzt auch genauso gut hier dann hoch holen können. Hätten vielleicht ein bisschen was gebracht. So, als nächstes möchte ich dann da hoch. Das müsste normalerweise ganz gut klappen. Ein Riesengerüst quasi, diese Burg. Aber ich glaube, wir verteidigen wird richtig, richtig böse bei dieser Burg hier. Na gut, es gibt hier noch einige Schützen, die wir platzieren können und umpositionieren können. Aber trotzdem stelle ich mir das nicht gerade sehr lustig vor hier. Nein, wir sind so gut wie tot. Hühnerfutter. Das wird ein gewaltiges Hühnerfutterparadies. Bewegung, na los! Der kleine Günther möchte bitte aus dem Hühnerfutterparadies abholt werden. So wie das Ballparadies, plus dass da nur Hühnerfutterkörner drin sind. Das ist Günthers Spielplatz. Ja, die beweisen sich ziemlich gut. Ich glaube, es reicht so oder so. Ich könnte sie vorher natürlich sammeln lassen. Aber das Schöne ist, dass bei den Beginnieren die halten lang genug aus, um es gut zu knubbeln. Das schaben wir. Das schaben wir. Ja, genau. Nicht das haben wir. Nicht das schaffen wir. Das schaben wir. Das schaben wir geschafft. Warum hauen wir mit unseren blauen Truppen auf den blauen Wort? Was wünscht ihr? Da stimmt aber was nicht. Er ist ein Spion. Er gehört eigentlich zu uns. Dann töten wir ihn dann. Ähm, Themawechsel, Themawechsel. Alles klar. Angriff erfolgreich. Uh. Äh, gut. Es hätte natürlich viel besser gehen können, aber es war jetzt nicht so. Nicht so mega schwer. Und das ist das Problem. Wenn der Angriff einer Mission leicht ist, auf sehr schwer, also relativ leicht, dann wird die Verteidigung bestimmt lustig werden. Schauen wir mal.